Von oder aus? Wann brauchen wir eigentlich welche Präposition? Beide kommen nach der Frage, woher? So viel kann ich dir schon verraten und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Let's go! Ich komme gerade aus dem Supermarkt oder wir kommen gerade aus dem Schwimmbad. In diesen Beispielen siehst du, dass wir aus benutzen, wenn es um Räume oder geschlossene Gebäude geht. Also ich bin vorher in einem Gebäude und jetzt gehe ich aus diesem Gebäude. Also aus geschlossenen Räumen oder geschlossenen Gebäuden. Außerdem benutzen wir aus bei Städten. Ich komme aus Regensburg. Er kommt aus München. Marie kommt aus London und so weiter. Aus benutzen wir aber nicht nur bei Städten, sondern auch bei Ländern. Bei Ländern mit Artikel, zum Beispiel aus der Schweiz oder Länder ohne Artikel. Ich komme aus Deutschland. Also merke dir drei Regeln. Wir benutzen aus für geschlossene Räume, für Städte und für Länder. Ich komme aus dem Supermarkt. Ich komme aus Regensburg und ich komme aus Deutschland. Schauen wir uns jetzt an, wann wir von benutzen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich komme gerade vom Strand zurück. Oder wir kommen vom Meer. Wir kommen vom See. Also für alles, was mit Wasser zu tun hat, benutzen wir von. Dazu gehört der Strand, das Meer, die See, der Fluss, das Ufer und so weiter. Wir benutzen von, aber auch für Personen. Du kannst sagen, ich komme gerade von Anna. Oder ich komme von meinen Eltern zurück. Und auch bei Firmen benutzen wir von. Wir kommen von Ikea. Oder wir kommen gerade von BMW zurück. Und von wird eigentlich immer für Aktivitäten benutzt. Wenn du also eine bestimmte Sache gemacht hast und der Ort vielleicht gar nicht so wichtig ist. Du könntest sagen, wir kommen gerade vom Schwimmen. Oder wir kommen vom Tennisspielen. Wir kommen vom Tanzen. Oder auch wir kommen vom Essen zurück. Also merke dir, wir benutzen von, für, alles, was mit Wasser zu tun hat. Wir benutzen von, für Personen und Firmen. Aber auch für Aktivitäten. Es gibt noch zwei kleine Sonderfälle zu beachten. Und das erste ist, dein Zuhause, deine Wohnung oder dein Haus. Da könntest du sagen, ich komme von zu Hause. Ich komme gerade von zu Hause. Und der zweite Sonderfall oder wo du aufpassen musst, ist, was ich gesagt habe, bezüglich Wasser. Es kommt immer darauf an, wo du dich befindest. Also wenn du vorher im Wasser bist, weil du schwimmen möchtest, dann müsstest du sagen, ich gehe aus dem Wasser. Du bist ja vorher im Wasser. Du bist nass, du schwimmst und jetzt gehst du raus. Also ich gehe aus dem Wasser. Wenn du allerdings nur am Strand bist und gar nicht wirklich im Wasser bist und du möchtest nur sagen, dass du jetzt zurückgehst, dann würden wir sagen, ich komme vom Strand, nicht ich komme aus dem Strand. Merke dir auch, dass beide Präpositionen, also aus und von, immer mit dem Dativ stehen und immer nach der Frage, woher. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Abo und einen Kommentar da, da würden wir uns riesig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.